Hey, ich bin doch nicht unsichtbar, warum siehst du mich dann nicht? Was muss ich tun, um dir aufzufallen, damit dein Blick mich endlich trifft? Sag mir, wie laut muss ich noch schreien? Einmal ins Weltall und zurück. Hey, ich bin doch nicht unsichtbar, warum siehst du mich dann nicht?